Hast du schon gehört? Farid Bang droppt eine krasse Ansage an Bösemann. Ich werde dein Leben ruinieren. Jetzt bist du ruhig, wie ein Hund. Seit einigen Monaten stichelt Bösemann gegen Farid und erhebt dabei schwerwiegende Vorwürfe gegen den Banger. Grund dafür eine Strafakte. Das Thema Farid Bang, bevor er die Musikkarriere begann, das ist die komplette Ermittlungsakte. Farid hat die Schnauze voll, veröffentlicht einen vierminütigen Disc-Tracking Bösemann und droppt direkt noch eine Ansage bei Insta hinterher. Vor zwei Wochen hast du die Leute anrufen lassen. Sag dem Farid, wenn er mir 20.000 Euro gibt, ich mache keine Videos mehr. Bisher hat sich Bösemann weder zu dem Disc-Track noch zu der Ansage von Farid geäußert. Was geht, was geht. Ich werde dein Leben ruinieren. Das war noch nicht alles. Warte ab, was auf dich zukommt. Halt dir. Nie bla bla bla. Sobald es neue Informationen zu dem Thema gibt, hörst du es zuerst bei uns. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg uns am Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.